Oh, ein Trabi, meine Damen und Herren. Das Eisenachra-Auto schlechthin. Trabi, bist du bescheuert? Ach, Quatsch. Badburg, ja. Geheim. Och, halt die Fresse, weißt du. Meine Fresse. Hier, das kann man als Eisenachra nicht falsch sagen. Das geht gar nicht. Es ist nichts mit Fresse. Ich batte. Alter. Ich brauche die Kamera. Außerdem kannst du doch trotzdem. Wir brauchen einen Ortshundigen. Nein, das kann passieren. Was kann das? Nein, ich hab dich doch trotzdem lieb. 2. April, großer Fress... Fress... Okay, also, der kleine Kameramann. So, warum, was hat er jetzt schon wieder gesagt? Was steht auf dem Plakat drauf? Großer Festumzug. Ja, Fressumzug. Kannst du mir mal den Kartoffelbrei von da hinten bringen? Ja, komm ne 10 Minuten an. Das war der Louis Langhans, meine Damen und Herren. Was ist mit der Eisenachra? Der Solbein. Stell dich mal kurz vor. Peter, komm. Was willst du? Nochmal der Louis Langhans und der Peter Enes. Der Solbein ist heute nicht da. Und da vorne eine ältere Dame mit ihrem Kinderwagen. Der, der Wichsmişel noch. Wichs naming den Mückl noch. Yeah! Er wichst noch. Er wichst noch. Er wichst noch. тран worthy der Melles cada Este. Yeah. Er schleudert noch. Er schleudert noch. Rennen weg. Wirkt jetzt die alte Cobra noch, Cobra noch, Cobra noch, wirkt jetzt die alte Cobra noch, Cobra noch. Jaaa, er wirkt noch, er wirkt noch, er wirkt noch. Jaaa, ich spreche noch. Auf dem Weg zum Umzug, meine Damen und Herren. Man merkt schon, es wird voller auf den Straßen, sehen Sie es? Geh nochmal nach oben, Ortseingang, da ist alles vorbei. Jaaa. Jaaa. Jaaa, den trinke ich nicht, ich sammel den seit vier Jahren zum Gemärchen, was kriegst du? Jaaa, 1,20. Sollte wohl ein Jahrgang werden? Nehm mal zwei. Fünf mal zwei. Einen kannst du irgendwie, anderen stellst du hin. 20 Euro können wir dir auch. Jaaa, das ist noch ein paar Heftchen und ein paar Anhänger. Was kostet denn so ein Anhänger? 2,50. Ja komm, ich mach den noch mit dazu. Ah ne, ja nehm ich auch. Weil der so schön ist. Da bammel ich mir noch an den Hut dran. Weil's aus der Heimat kommt. Als wenn ich vorbereitet wäre, hätt ich sogar Passen. Bitteschön. Passen wäre sehr gut. Das stimmt. Tut der denn aus? Ne, ich darf den ja. Ja. Mach mal was. Möchte Kamera mal ein Auenhauen? Ja, ja. Der Kamera, ein Kameradgrad noch. Ja, der Kameradgrad. Jaaa. Sagen Sie doch mal eben, wofür ist denn das? Für den Sommergewinn. Jaaa. Wenn der Sommergewinn erhalten bleibt, den Eisenaar. Jaaa. Und wie ist der Sommergewinn Spruch? 2 so Anhänger. Gut Ei und Kegel-Rigi. Na das geht aber noch ein bisschen mehr Eliane hier. Gut Ei und Kegel-Rigi. Mann, gut! Ei! Gut! Ei! Und! Kegel-Rigi! Richtig! Wunderbar, was macht das? 2,50. Aber der Spruch kostet extra. Der kostet extra. Du hast auch noch mal 2,50. Nein. Alles klar. Dankeschön. Übende Mal. Rüstes Frühlingsfest und es muss erhalten werden. Habt ihr gehört? Auf jeden Fall. Bevor wir's vergessen, das ist alles für RadioTV, meine Damen und Herren. Oh! Hüiem! Wau情况! Heie! Da ist das erste Schlaftaus, meine Damen und Herren! Sehen Sie sich an! Für den Sommergewinn! Und da kommt auch gleich Horst Hohlbert ein. 1,5 Millionen Menschen sind heute zur victims. Bei diesen 20 Millionen Menschen, die heute in Eisenach sind, könnten auch Sie dabei sein. Das sind 82 Millionen. Die 82 Millionen erwarteten Zuschauer kommen von überall her. Und uns live bei der vierten Folge HONK TV zusehen. Ich trinke Bier. Und da können wir uns dabei mal beraten. Und für Sie meine Damen und Herren. Prost! Und selbst du. Und Sommerfilme. Sie sehen Louis Langhals. Vorbereitet. Drehen Sie sich bitte mal. Natürlich. Ich bin begeistert. Was haben Sie sich bei diesem Kollektiv gedacht? Ich dachte mir, man muss aber aus der Menge ein bisschen rausstechen. Ich glaube, das habe ich geschafft. Teilweise. Und Sommer gewinnen. Sind Sie bereit zu feiern heute Abend? Aber natürlich. Das ist schön. Heute Abend geht es noch schön hier. Ja. Das ist wunderbar. Und ich glaube, es wird Spaß machen. Ich habe ein bisschen Hunger zur Zeit. Ich habe ein bisschen Hunger zur Zeit. Habe ich denn jetzt so? Film es hier oben da. Ja, meine Damen und Herren. Da gibt es exklusiv nur für Sie. Beine. Wie finde ich denn? Sind nur noch die Armen? Ich sollte Ärger sehen. Echt? Tolle? Ja. Hab ich doch. So, filmen die Ärger, filmen die Ärger. Also Beine. Ja, jetzt kommen wir langsam mal ins Getränkel hier. Ja, das ist ja nur nicht. Da hat er auch nichts zu tun. Also hier ist okay sowieso. Die Verkaufsstrategie ist sicher. Ja, aber wir haben noch nicht. Wir sind auch, oder? Ja, jetzt kommen wir. Ja, jetzt kommen wir. Das sind die zwei Millionen Menschen, die heute hier sind, meine Damen und Herren. Und unter den 20 Millionen Menschen können auch Sie sein. Äh, war ab jetzt zu besser, denn in der Welt schon in die Rödenstand. Oh, der fischte doch nicht aufgefahren. Ich wollte gerade noch weg, aber das war jetzt hier für öflich. Ich kippst du auch Ärger. Wollen wir es denn auch in die Röden haben? Ja, und du. Ach, da? Ja, und du. Ja, und du. Gut. Ein. Gut. Ein. Und. Kick in den Gehen! Boah, wie langweilig. Wie ist es los heute? Traurig. In den letzten Jahren mehr Bewegung. Mein Gott. Einmal im langen Sommer gewinnen. Jetzt will ich ja hier, was es gibt. Ja. Was denn? Ach, hallo. Schönen guten Tag. Was ist Ihre Meinung? Wird der Wintergewinn oder der Sommer? Der Sommer. Sieht man doch. Was können Sie mir zum Sommergewinn sagen? Na gut, ein Gutei, ein Kicker, ein Kicker. Das geht aber ein bisschen mehr Elan. Da muss aber mitmachen jemand. Wer sind Sie? Wie heißen Sie? Ich heiß Daniel. Ich bin der... Willi Wilma. Ha. Abgefahren. Live von Honk TV. Honk TV? Wo läuft das denn? Auf im Fernsehen. Internet. Super. Und was wird das, wenn es fertig ist? Das ist Sommergewinn Special. Aha. Ja. Nicht schlecht. Und die gehören zu dir? Hm. Wir sind alle von uns. In der Nase heißen, der hat gerade die Tod. Gut eins! Gut eins! Gut eins! Und... Gegebegie! Jetzt machen wir gleich hier nochmal Action. Wisst ihr wie? So sieht's aus. So sieht's aus. Wie gesagt, mit dem kurzen Statement, was du dann vorher sagst. Hier seien doch meine Augen, gell. Was machen wir? Meine Augen seien hier. Ja, da geht's noch. Was ist rechts? Also links von dir aus gesehen. Du hast gesagt, wir sind deine Augen. Du musst auf uns achten. Ja, du musst jetzt quer denken. Machen wir mal so richtig schön offen stehen. Wir sind ein Haufen. Ja. Sind's noch auf? Ist noch Aufnahme? Ja, ja. Ja, ja, ja. Da ist ein Schild. Pass auf. Da kommen ein paar Feierwütige hier. Feierwütige sind unter der Tankstelle. Wir stellen uns jetzt hier mitten auf die Gase. Okay? Okay. Und dann machen wir erst mal einen Haddel. Schönen Lagerfeuer. Und dann geht's los. Dann geht's los. Dann geht's los. Andersrum. 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 Ja. Ja! Auf Eisner auf Tradition! Gut, ein, gut, ein und Kigerikir! Ja, Wahnsinn. Schön drauf. Herzlich willkommen meine Damen und Herren zum großen Sommergewinn-Special wie versprochen von HonkTV. Ich bin Willi Wilma und an meiner Seite sind heute... Alle! Alle? Ja, alle Matarbexer. Alle! Ach, wie schön. Guck mal, wo kommt das hin? Nein, wir tanzen jetzt nicht. Ja, und zum Start ein fröhliches GUTEI! 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 Und Kigeriki! Ja, Herr Peter Enes, erzählen Sie doch mal, was machen wir heute? Worum wird es heute gehen? Was versuchen wir rauszufinden? Wir versuchen gar nichts rauszufinden. Wir sind heute live hier... Vor Ort! ... in Eisenach! Für Sie! Beim Sommergewinn 2011! Unglaubliche 83 Milliarden Menschen haben sich hier heute versammelt! Und doppelt so viel Grad! Nur auf dem Marktplatz, ja! Volksfest Europast! Gestapelt! Die haben die Stapeltechnik erfunden! Deswegen passen die ganzen Leute heute her! Das geht schon! Und hier, wenn man einmal hinschauen möchte, da wurden gerade Klötzchen gebaut. So, aber mal ernst jetzt. Wir versuchen heute nichts rauszufinden, wir versuchen heute einfach nur... Ja, was versuchen wir? Ja, dumme Scheiße! Stimmung! Den Geist des Frühlingsfests einzufangen, meine Damen und Herren! Richtig! Und vielleicht mal hin und wieder die Leute fragen... Ja, mit den 324 Milliarden Menschen, die heute hier sind... Ja? Und die spontane Frage, wird der Sommergewinn oder der Winter? Wir werden es erleben! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Oder wird eine Eiszeit hineinbrechen? Ja, stimmt! Der stellt nämlich auch gleich noch ein paar Fragen. Und ja, dann noch ein bisschen was vom Umzug. Dann müssen wir mal gucken ein bisschen, ne? Richtig! Zwischendurch nochmal ein bisschen krölen. Werden auf jeden Fall sehr viele verrückte Leute finden. Auch vielleicht so stark argolisiert. Und noch verrücktere Menschen. Gut, dass er dabei in dem Bild war. Ja! Trifft es natürlich! Ohne Worte! Ja! Ne? Ja! Das war's für heute.